4 Jahre ist es nun her, dass ich diesen Song gesungen habe und mit Erfolg. Es war über zwei Jahre mein meistgekriegtes Video. Dann kam Tadeziki-Land und alles änderte sich, aber dennoch ist den meisten meiner Zuschauer noch im Kopf geblieben. Es hat schon fast 3000 Aufrufe und ich wette, nachdem dieses Video online ist, wird es die 3000 Aufrufe geschafft haben. Ich möchte euch nur sagen, Danke. Ich wollte das Video eigentlich schon Samstag hochladen, aber wie gesagt, ich war krank, da hatte ich nicht die nötige Motivation und ihr könnt es auch an meinem Kostüm erkennen. Normalerweise ist es kurzärmlich, aber ich will kein Risiko eingehen, also bin ich hier langärmlich, weil ich bin jetzt frisch gesund, ich will jetzt nicht wieder krank werden. Also, euch allen danke, dass ihr den Song so groß gemacht habt und ja, nicht vergessen. derö, derö, derö... derö, derö... derö ... ... Ja.